Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider Leute. Ja, es ist ein nächster Aufnahmetag und zuletzt war es bestimmt um die 12 Uhr nachts oder so als ich aufgenommen habe. Vielleicht hat das zufälligerweise mein Gehirn ausgeschaltet oder so, ich weiß es nicht, aber wir versuchen jetzt das optionale Herausforderungsgrad endlich zu lösen. Und ich gebe zu, ich hatte ja keinen Plan und das hatte mich so geärgert, dass ich dann in ein anderes Let's Play geguckt habe, was ich zu tun habe. Und die offensichtlichste Lösung, wie es ja immer ist, irgendwie immer, das Einfachste, darauf kommt man nicht. Passt auf, das geht so. Wir nehmen den Schalter runter. Wir laufen hier entlang. Perfekt erhalten und ich merke gerade, da ich neu geladen habe, muss ich den ganzen Krempel hier jetzt erstmal nochmal machen, weil der Wagen steht gar nicht da, wo er stehen soll. und das Gewicht muss ich auch wieder ran machen. Sag jetzt nicht, ich muss jetzt auch noch die anderen Sachen einsammeln. Nein. Nein, hoffentlich nicht. Da war nämlich was in der Ecke, was man graben konnte. Okay, dann... Das geht ja schnell. Mach das mal da ran. Zack. So, sehr schön. So. Nochmal. Der Wagen steht. Hebel nochmal runter. Und ziehen. Und runter. Nicht hoch. Und jetzt steht er ja hier unten. Ja, das ist klasse, Lara. Du sollst es da ran machen. Aber man soll es da ran machen. Und das habe ich noch nicht ausprobiert. Also ich meine, ich hoffe, dass es so funktioniert, weil... Das ist das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe. Und ich gucke mir auch immer nur die Stelle an, die ich noch nicht ausprobiert habe. Natürlich, wenn ich nach einer Lösung suche, in allen Spielen dann immer nur so viel, wie ich auch nur wirklich brauche. Jawohl. So. Das hält das Gewicht jetzt da, wo es natürlich sein soll. Unten. Jetzt sind die Plattformen da. Und jetzt ist auch logisch. Logisch, ja. Spielhör auf zurück. Logisch, warum man hier überhaupt rüberklettern kann. Das war ja überhaupt nicht klar, wieso das so ist, ne? Weißt du? So, jetzt kommen wir da auch hin. Sehr schön. Ach, wie toll. Und wehe, meine Geheimnisse, die ich da unten rausgefischt hatte, sind jetzt weg. Also... So, auf der Plattform waren wir nämlich noch nicht drauf. Jawohl. Ach, endlich schaffen wir es. Meine Güte. Ich bin einfach nicht drauf gekommen, ne? Es ist einfach so. Hoch mit dir. Hoch. Gott, sie sieht aus, als ob sie gleich wieder runterstürzt. Na, würde mich nicht wundern, wenn hier auch noch was in der Ecke wäre. Nein! Nein. Nein. Jetzt kann ich den dusseligen Weg nochmal nach oben laufen, ey. Warum passiert immer nur mir sowas? Passiert nur mir immer sowas? Dass man natürlich genau das drückt, was man nicht drücken sollte? Geht ja schnell. Jetzt kennen wir ja den Weg. Ist ja nicht so, als hätte ich nur 20 Minuten, 25 Minuten sinnlos hier herumgeiert das letzte Mal. Aber okay. Für eine anscheinend offensichtliche Lösung. Eigentlich möchte ich nur das Nest runterkicken. Das wieder heruntergeputzelt ist. Schön. Und das andere ist natürlich der Weg zurück. Und hier ist noch was. Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches. Ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben. Nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Eine Ärztin fragt sich, ob ihre Arbeit wirklich ausreicht. Das war Hinterlandhaus der Kranken. Mal gucken, was wir da noch drüber erfahren. Vielleicht gab es ja irgendwann eine Lösung. Vielleicht aber auch nicht. Kann ich die Bären jetzt nehmen? Nee, immer noch voll. Nehmen wir erstmal alles andere so mit. So. Karte aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Neuer Dokument und Wandgemäldeoptionen enthüllt. Und jetzt kommt das Schönste an allem. Unser Preis. Unser Fund. Und ein neues Geheimnis entdeckt. Ein alter Kodex. Sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Schneller Heiler. So, was ist das jetzt Tolles? Verbinden Sie Wunden schneller zur Heilung. Halten Sie zum Heilen bei einer Verletzung. V gedrückt oder irgendwas anderes. Grab abgeschlossen. Haus der Kranken. Ach, das ist immer so toll, ein Grab geschafft zu haben. Ist das Schönste. Und es sieht immer so schön gemacht aus. Ich hoffe, ich würdige das alles hier genug in meinen Let's Plays. Dass ihr das auch überzeugend rübergebracht bekommt. Dass es wirklich, wirklich schön ist. So, ähm, genau. Ich hatte das Nest runtergekickt. Oh, ich hoffe, dass meine Geheimnisse vom letzten Mal aber gespeichert wurden. Wo ich da rüber getaucht bin hier an der Stelle. Ich hab ein bisschen Angst, dass sie immer nicht, dass sie eben nicht irgendwie, muss das jetzt nochmal überprüfen. Ist hier noch irgendwas? Sieht aber so aus, als wäre hier nichts. Ich hoffe, alles ist eingesammelt worden in dieser, dieser Ecke. Ich kann mir gut vorstellen, dass die nicht jeder so gleich auf Anhieb entdeckt. Weil man halt das Grab schaffen will. Und mit dem Kopf da beim Rätsel ist. Und man viel zu doll sich freut, wenn man das wahrscheinlich geschafft hat. Den Dreh rauszukriegen. Weil am Anfang hängt ja jeder hier erstmal und versucht das System, glaube ich, erstmal zu rallen. Und dabei ist es so einfach, wenn man es dann erstmal weiß. Aber das habe ich beim letzten Mal auch gesagt. Wenn man es weiß, ist es immer leicht. Fähigkeitspunkt. Da freuen wir uns natürlich wieder. Sieben, fünf. Jäger haben wir nicht so viel, ne? Aber Jäger hat auch immer so... Freuen Sie gleich bis zu drei Pfeile ab. Das ist natürlich auch cool. Atemkartolle. Hören Sie die Zielfixier für aufgelagene Bogenschüsse. Äh, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. An den Leichen. Meister des Landes decken Sie mit Hilfe. Überleben Sie exotische Tiere. Tourforscher. Naturforscher. Erhöhen Sie die Menge der natürlichen Herstellungsmittel. Finesse. Verdienen Sie Bonus. EP. Überlebenskunst. Erdienen Sie herrschen. Ne, ne, ne. Ich mache das mal mit der Atemkontrolle. Kann ja nicht schaden. Wir arbeiten ja doch sehr viel. Oder ich arbeite sehr viel mit Bogen. Von daher haben wir den Jäger dann auch nochmal wieder verbessert. Genau. So. Dann können wir wieder rausgehen. Vom Grab weg. Und das ist zum Grab hin. Ich habe ja jetzt diese Karte und so gemacht. Ähm, also Karte aktualisiert. Guckt sie sich dann irgendwie besondere Wandgemälde an? Oder finden wir jetzt dann andere Geheimnisse? Manchmal. Manchmal denke ich mir, wenn ich diese Supersicht mache, entdeckt sie die Sachen dann nicht sowieso? Oder nicht? Entdeckt sie die erst, wenn sie diese Karten gefunden hat? Oder dann einfach mehr? Wahrscheinlich mehr. Wahrscheinlich entdeckt sie durch diese Kartenaktualisierung einfach mehr Dinge mit dieser Special-Sicht. Als wenn man die nicht finden würde. Ja, quetsch dich durch. Lara kann ja froh sein, dass sie so schlank ist, ne? Und eine fette Lara würde jetzt nicht durch die Spalte kommen. Aber die würde sich auch nirgendwo festhalten können und gegen, gegen Feinden, vor Feinden weglaufen können und so. Ich glaube, das ist aber klar, oder? Stellt euch mal vor, Lara Croft wäre so eine richtig dicke, eher nicht attraktive Protagonistin wäre auch witzig. Geothermales Tal. So, jetzt sind wir wieder hier und wir hatten ja hier genau so Zielscheiben und so ein Gedöns. Die hing doch hier gerade. Hä? Wo ist sie denn? Da ist sie. Ich hab dich doch schon entdeckt. Hör auf, vor mir festzulaufen. Zwei von acht Zielen. Das wäre toll, wenn wir ein paar so Nebenquests auch noch schaffen würden hier. Also diese kleinen Herausforderungen. Weil, die geben ja auch nochmal ordentlich Missionen. Verteidigungsstrategie. Kehren sie zum verbliebenen Bauarbeiter zurück. Ach ja? Ist das so? Soll ich das? Und voll in den Abgrund gestürzt. Nee. Ach, man lebt noch. Ich dachte, jetzt stirbt sie. Macht ja nichts. Dann kommt man wenigstens an Stellen, wo man vorher noch nicht war. Aber normalerweise stirbt man ja immer. So, wo dürfen wir denn jetzt mal hin? Oh. Ja, aber erstmal müssen wir das Karnickel hier noch runterholen. Drei von sechs. Das ist doch super. Wo ist das Karnickel jetzt hingefallen? Hä? Kaninchen. Da. Ähm. Das war das eine. Und für die optionale Geschichte sollen wir da vorne hin. Das ist wieder der andere Eingang, glaube ich, wo wir gerade noch nichts machen können. Und da sehe ich noch oben eine Zielscheibe. Wo habe ich sie gesehen? Ich darf die nicht aus den Augen verlieren. Die hing doch hier gerade. Ich habe sie doch gesehen. Auch wenn man... Ich habe sie gesehen. Ich weiß es doch. Und ich will sie doch kriegen, alle. Da ist es auch nicht. Bin ich jetzt bekloppt? Ähm. Ja, ich bin bekloppt. Okay, das ist toll. Da war das Häschen. Hier stand ich. Warum habe ich sie von hier gesehen? Und da ist ja noch so ein Häschen. Ja, dann müssen wir da eh rauf. Das ist gut. Dann komme ich da rauf. Wie komme ich hier? Hier komme ich rauf. Ja. Dann geh doch einfach rauf. So. Ah. Noch was. Ich weiß übrigens nicht, warum es hier so doll ruckelt. In den anderen Bereichen war das nicht so. Repetiergewehrkomponente. Eins von vier. Das ist ja schön, dass wir da auch mal was zu finden. So. Verfeile. Nehmen wir auch noch mal mit. Wo ist jetzt das Häschen? Häschen? Nee. Ähm. Ich will nicht runterfahren. Ich will das Seil durchschneiden. Wenn man sich einmal weg bewegt, weiß ich immer nie, wo die Sachen sind, die ich jetzt gesehen habe. Da hinten ist auch noch irgendwas. Was ist das da unten, da vorne? Weiß ich nicht. Aha, aha. Vielleicht muss ich noch einen runter, damit ich das wieder sehen kann. Das hing doch hier irgendwo. Ich bin echt verwirrt hier. Hier. Hier ist es. Vier von sechs. Das ist ja gut. Wir sind ja gut dabei hier. Mit den Kanickeln. Und wo führen mich jetzt die Seile hin? Kann ich da... Ranspringen? Um das eine? Ich glaube, das ist zu hoch hier, oder? Nee, das geht. Aber so bin ich sehr weit unten. Und das finde ich gar nicht mal so gut. Was ist das hier eigentlich für eine Grube? Das ist alles so... Weiß ich nicht. Sieht so giftig alles aus hier. Ja, ruckel dich mal nach oben. So, jetzt hänge ich hier wieder auf dem Baum. Und kann was tun? Keine Ahnung. Da hinten sollen wir hin, da oben. Aha. Und hier kann ich auch hin. Na gut. Hier wollte ich auch hin. Für die Munition. Mehr ist hier nicht. Ein paar Pfeile habe ich auch schon. Hm. Das hat sich ja nicht so unbedingt gelohnt. Ja, dann gehen wir mal zu dem optionalen Kram. Würde ich sagen. So. Grüner Pfeil. Sage mir wohin. Da lang. Okay. Voll die giftige Grube. Ich glaube, hier komme ich wieder zu den anderen. Ich sollte ja wieder zu ihm zurückkehren oder so. Da ist er. Verteidigungsstrategie. Legen Sie die Ressourcen in den Korb. Okay. Bringen Sie die Ressourcen zum zweiten Turm. So. Okay. Jetzt habe ich das in den Korb gelegt. Anscheinend genug gesammelt. Ja. Kriege keine Belohnung. Was soll ich denn jetzt noch machen? Das war's. Das war's. Da ist noch eine Leiter, die noch oben führt. Da war ich auch noch nicht. Geh mal da hin. Ah. Erhalten mit unserem Super-Dietrich. Kriegen wir MP-Komponente. Sehr gut. Drei von vier. Das ist super. Noch eins. Dann können wir es richtig wieder aufmotzen. Ja. Können wir ans Hausdach? Nee. Schade. Ich glaube, in dem... War ich in dem Haus nicht schon drinne? Hier, der kocht uns was Schönes. Ich habe keine Ahnung, warum das hier so schlecht läuft im Moment. Läuft echt nicht so super. Von meinem Ruckelgefühl. Was ich sehr, sehr blöd finde. Mal ein paar Hülser sammeln. Wir verbrauchen ja auch Ressourcen. Und dann sollen wir da lang gehen. Lauf mal hier rum. Ich hoffe ja immer, dass ich egal... Weil ich hier so viel rumstreune, dass ich dann natürlich auch umso mehr Sachen finde. Ich habe ja auch schon wieder einiges hier gefunden. Können wir das Huhn so fangen? Oder warum wurde mir gerade X angezeigt? Ach, hier sind wir wieder. Okay, dann benutze ich nochmal hier das Lager. Aber noch kann ich nichts machen. Ich kann Schnellreise benutzen. Aber dann habe ich nochmal wieder kurz abgespeichert. So. Na, dann wollen wir mal dem Hauptquest weiter folgen, würde ich sagen. Weil jeden Quest haben wir nicht. Und Zielscheiben. Ich muss nochmal auf Zielscheiben achten. Zum Beispiel da. Drei von acht. Das ist noch nicht richtig richtig gut. Da ist noch eine. So. Danach musst du wieder Hammer und Meißel einsetzen. Es muss noch mehr geben. Die Sowjets haben alles zurückgelassen. Wir haben die alten Gebäude zwei Tage lang durchkämmt. Das ist das letzte Benzin. Auch noch was gefunden. Was wir vorhin nicht gesehen haben. Und, ja, die Zielscheibe, die liegt jetzt hier am Boden. Aber da kann ich wohl nichts mit machen. Die haben wir runtergeworfen. Ja, gut. Dann gehe ich jetzt in die Richtung. Da ist ein Nest. Geht es denn jetzt hier lang? Da kann ich nicht lang. Ne, ich gehe mal hier runter. Ich glaube, wir sind hier sonst falsch. Ich würde gerne da diese Mauer hoch. Was ist das eigentlich für ein Brunnen? Was ist das für ein Brunnen? Liegt hier noch was im Brunnen? Muss man ja auch mal ausprobiert haben, in den Brunnen zu... äh... reinzuspringen. Wobei es wahrscheinlich nicht so schön ist wie die Bewohner. Ist ja eigentlich deren Trinkwasser. Ah, okay. So. Es sieht so toll hier aus. Warum läuft es nicht flüssig? Ich glaube, der Weg hier ist eigentlich nicht schlecht, aber... Ah, da ist noch eine Zielscheibe. Sehr schön. Fünf von acht. Das ist gut. Genauso wie mit den Häschen. Die da irgendwo rumhängen. Aber ich will ja eigentlich nicht nochmal zum Grab. Aber trotzdem denke ich, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Genau, wenn wir nämlich jetzt hier rechts runter gehen, statt nach links zum Grab. Einfach mal hier lang. So. Genau. Können wir da rüber. Kann man hier eigentlich auch noch durch? Nee. Ist es zu? Okay. So. Nochmal hier rüber. Ach nee, hier waren wir ja schon, ne? Hier war die Muni. Okay. So. Dann... Ja. Von hier oben hat man einen guten Ausblick eigentlich. Auf alles mögliche. Hier ist hier ein Zielscheiben, aber ich sehe hier soweit eigentlich gerade nichts mehr. Nö, ich sehe hier nichts. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Hauptquest weiter. Da lang, wo unser Superfeil uns hin zeigt. Da leuchtet es hinten auch. Da müssen wir hin im nächsten Part. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.